Hi, ich bin's Jola. Wir sind heute bei Argus Additive Plastics in Bühren. Die haben Schmelz- und Exprüfgeräte von uns, unter anderem in ME40 Visco. Und wir schauen uns heute mal an, wie die das einsetzen und was sie damit erreichen können. Komm mit! Ich darf heute mit Verena sprechen. Sie ist Marketing- und PA-Beauftragte. Und mit Janine, sie ist chemisch-technische Assistentin. Verena, kannst du mir kurz erzählen, was Argus macht? Wir bei Argus produzieren Master-Vetges. Das sind hochgefüllte Kunststoffgranulate mit funktionalen Additiven oder Farbpigmenten, die eben den Endprodukten unserer Kunden bestimmte Eigenschaften verleihen. Dazu gehören zum Beispiel UV-Stabilität für Gewächshausfolien oder etwa Kunstrasen. Unsere Master-Vetges gehen grundsätzlich in diverse Anwendungen und werden an Kunden auf der ganzen Welt verkauft. Janine, wie wird das Prüfgerät genutzt und was wird getestet? Wir haben verschiedene Anwendungsbereiche für das MI40. Und zwar verteilt sich das hauptsächlich erstmal auf die Qualitätskontrolle von den diversen Master-Badgen, die uns täglich in der Qualitätskontrolle begegnen. Zeitgleich messen wir aber auch Produktionsbegleitend zur Kontrolle von dem Produktionsverlauf, ob in der Produktion schon Auffälligkeiten sind, dass man früh genug eingreifen kann. Des Weiteren ist die Wareneingangskontrolle, gerade von den Polymerrohstoffen, auch ein sehr wichtiges Thema, um halt schon vor Beginn der Produktion einschätzen zu können, ob es zu Problemen kommen wird oder nicht. Aber auch zur Entwicklung von neuen Master-Vetges wird das MI40 eingesetzt. Ihr habt ja neben dem MI40 und dem MI2.2 auch eine MI40-Visco. Warum habt ihr euch anstelle eines marktüblichen Schmelzindex-Prüfgerätes für eines mit erweiterten Prüfmöglichkeiten entschieden? Mit der Erweiterung dieser Visco-Funktion haben wir als allererstes erstmal zu nennen eine weitere Analysenmethode erworben, die wir bis dato in unserem Haus nicht zur Verfügung hatten. Theoretisch würde man einen Kapillariometer kaufen, was allerdings zu dem Zeitpunkt nicht vorgesehen war. Deswegen ist man auf diese Visco-Option eingegangen und es war eine gute Möglichkeit für uns, den Kauf ein bisschen zu upgraden. Aber es lässt sich auch ganz klar sagen, dass wir eine Möglichkeit haben, die Produkte analytisch besser zu bewerten. Diese Visco-Option ist ja nur on top. Das kann ja genau das Gleiche wie das MI40 auch. Das heißt, ich benutze das auch einfach als Schmelzindex-Prüfgerät den ganzen Tag. Und wie oft wird das MI40 genutzt? Das MI40 ist im täglichen Einsatz in der Qualitätskontrolle. Das sind so circa 30 bis 40 Messungen am Tag, die wir da durchführen. Wieso habt ihr dann einmal das MI40 und einmal das MI40 Visco? Weil wir zu viele Prüfungen haben, um das mit einem Gerät am Tag durchzukriegen. Seid ihr mit unseren Produkten und unserem Kundenservice zufrieden? Ja, wir sind mit dem Kundenservice sehr zufrieden. Wenn einmal Probleme auftreten, dann kann ich mich jederzeit an einen Servicetechniker wenden, der mir mit Tipps und Anwendungsvorschlägen zur Seite steht. Würdet ihr bzw. würdest du Göttferd weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen sehr zuverlässigen Kundenservice und auch qualitativ hochwertige Geräte, mit denen wir täglich arbeiten. Vielen Dank für das super informative und richtig interessante Gespräch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020